Guten Tag, ich bin Martin Duran. Ich heiße Martin Duran. Mein Vorname ist Martin und mein Familienname ist Duran. Ich bin nunzehn Jahre alt. Ich wohne in Santiago Quilicura. Ich komme aus Chiloé-Ancud. Ich studiere audiovisuell Geldstätten. Mein Muttersprache ist Spanisch. Ich spreche Spanisch und Englisch. Ich lerne Deutschland. Mein Telefonnummer ist 52326821. Mein Adresse ist Kilometer 8. Camino Faro Corona. Ancud. Mein Hobby ist Kostümer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.